Intro Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Galaxy im Singleplayer Ähm, ich join mal ganz kurz in die Welt und äh, ja Dann schauen wir mal Na komm Generier dich Ich will weiter zocken Wir haben nämlich nicht viel Zeit, wir haben immer nur 10 Minuten Folgen Und da schafft man halt nicht so viel wie in einer 15 Minuten Folge Wie zum Beispiel vom normalen Let's Play, da mach ich immer 15 Minuten Ähm, aber hier sind 10 Minuten einfach besser geeignet Ähm, ja Hier, wo haben wir denn aufgehört? Wir wollten ja ein bisschen bei Tinkers Construct weitermachen Kann ich mich schwach erinnern Wir hatten hier einiges schon gemacht für unser Dingens Für unsere Spitzhacke, genau Da haben wir schon Glück drauf gemacht unter anderem Und wir können uns natürlich auch noch ein Schwert machen Ich weiß nicht, ob wir hier schon ein Schwert drin haben Bin ich mir gerade gar nicht sicher Ähm, was ich aber gerade mal mache Ich mach mal die Sounds ein bisschen leiser Oder ja Ähm Hier haben wir sogar noch Glowstone gechisselt Wie sieht denn der aus? Ich hol mir mal einen davon Ja, cool Ich glaub, die Sounds mache ich doch noch mal ein bisschen leiser Auf 16% Muss einfach reichen Kommt natürlich auch normaler Glowstone das draus War jetzt irgendwie dumm, das abzubauen Aber egal Netter Quarz kann er eigentlich auch weg Das brauchen wir ja nicht Das bräuchte man nur für so ein Schwert Haben wir die Schafsgehen? Ne, wir haben die gar nicht Äh, right click Oh Scheiße Äh, left click Okay Round robbing item use Hä? Aim level It slices Ach, das ist wieder hier von Ich hasse das hier Diese Fenster hier drum immer Ey, das ist total dumm Ohne Witz Das ist der letzte Rotz Ähm Ja, was machen wir denn heute mal? Schönes Keine Ahnung Hier könnten wir eigentlich auch mal weiter bauen An dem komischen Turm Hm Oh Aber wir brauchen mal Erde Hab ich noch Ne, hab ich nicht Muss ich erst wieder requesten Toll Dirt Jo Genau, ein Dirt sub mitten Na Zack Jetzt sieht's gut aus Jetzt sieht's gut aus, ne? Hm Toll, das wird wieder eine Folge, wo ich nicht rede Das will ich aber eigentlich auch nicht Wir machen es jetzt einfach folgendermaßen Ich guck mal, was es noch für Dinger gibt Oder ich könnte mir eigentlich mal so ein Schwert machen Komm, das machen wir jetzt mal Damit wir auch mal einen Nutzen davon haben Wir haben ja hier diese Stencil Hallo Wieso kann ich nicht Äh Wir haben ja hier diese Stencilform, ne? Und da kann ich zum Beispiel für einen Blade Also für einen Schwert Sword Blade Cast Kann ich auch mal versuchen Äh Woraus macht man den nochmal am besten? Diesen Cleaver Ich weiß es nicht Ich kann ja mal hier suchen Woraus es die alle gibt Cleaver Iron Cleaver Paper vor allem, Alter Flint Cleaver gibt's auch Ich weiß gar nicht, welchen Cleaver der Spock immer genommen hat Oder hab ich echt keine Ahnung Steel Sormium Cleaver Ich nehm einfach mal den mit der größten Attack Damage Das ist natürlich der Manulin Cleaver Haben wir noch Manulin, ähm, Dings? Ich weiß es nicht Ich guck mal nach Ähm Ja, wir haben noch ein bisschen was Nehme ich das mal weg Ne? So Dauert aber lange zum Auffüllen, hä? Manchmal geht das schneller Oh, braucht der mehr? Ach, jetzt hat er das schon alles aufgebraucht Was ist denn das für ein Scheiß? Wir brauchen mal Ardite Warte, Ardite Da können wir die beiden nämlich vermischen Ardite, oh, haben wir nur noch zwei Stück So War ist natürlich jetzt schlecht Zack Tun wir auch mal rein Da schmelzt man das hier ein Dann vermischt sich das zum Manulin Und wir können Hier unser Schwert rausholen Was ist das hier eigentlich noch? Keine Ahnung Irgendwas Rotes So Da können wir ja auch noch was reinlegen Theoretisch, aber Ich brauch's jetzt nicht eigentlich So, ne? Naja Ich weiß auch nicht Was ist mir heute Was ist heute wieder mit mir los? Ich bin so still Ich weiß es nicht Manchmal ist man halt ein bisschen ruhiger Weil man einfach manchmal nicht weiß Was man so sagen soll Hä? Alter, wie lange dauert denn das bitte? Und warum backt das immer so Wenn du die da rein tust? Ah, das wird schon durch Hm Jetzt haben wir wieder fünf Manulin, ne? Cool So, machen wir hier mal weiter Ah Das müsste der richtige sein Wo war denn das nochmal, wo man das zusammen machen kann? Hier, ne? Genau Dann guck ich mal Nach Dem oder dem Longsword Broadsword Aber mit dem Longsword kannst du auch Äh, äh, Fernkämpfe machen, ne? Stimmt Kann ich damit jetzt schon mehr Angriffsschaden machen? Ne, natürlich nicht Wäre ja cool Ähm Wozu braucht man da eigentlich noch den Griff, ne? Das frage ich mich auch immer so ein bisschen Weil du siehst ja am Ende fast wirklich nur diese Klinge Aber bei einem Schwert ist natürlich logisch, dass du Den Griff brauchst, deswegen machen die das halt so Dann kann ich noch dieses Paperbinding machen, oder? Ja Äh, Paperbinding, wie macht man das? Das macht man ja hier, ne? In diesen, äh Habe ich das da reingetan? Ähm Pattern Ah, tatsächlich, das ist ja wirklich drin Wusse ich's doch Bei einer einen Folge Kann ich mich erinnern, dass ich mich so dumm angestellt habe, dass ich das da drin liegen habe lassen Okay, dann brauche ich auch jetzt auch noch Papier, na super Paper Ja, ein paar Ich glaube, man braucht ein paar mehr Nicht nur eins Ach, das war ja gar nicht hier wieder Hier war das Ah, ne, man braucht doch nur eins Okay, hätte ja sein können Ähm Hoffentlich funktioniert das jetzt, Alter Also mit diesem Ding da unten, ne? Ach Es geht nicht Handle Wir brauchen noch einen Handle Also keinen Stick, sondern einen Handle brauchen wir noch Wo steht denn das dann, äh Ähm Das sind ja mal dieselben Äh, wo gibt's denn die Handle Patterns? Warte mal Hab ich doch zufällig noch was gefunden? Nee Die würde genau passen, oder? Hm, vielleicht geht's einfach wegen dem Papierding nicht Aber, äh Es hieß immer, Papier ist das Beste, weil man da noch andere Sachen drauf kriegen kann Ja, ich versuch's mal mit Eisen Ob das mit Eisen geht? Ich weiß es nicht Nee, geht nicht Muss ich wahrscheinlich hier hin, oder? Nee So Ich bin Ich bin Und Teh